Der ist es, komm! Ja, jawoll! Jetzt kann man ja schneiden, dass es so aussieht, als wäre es der Dritte oder so. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Wir sind heute in Wolfsburg. Mit dabei ist Daniel Didavi, einer der besten Spieler momentan in der Bundesliga. Ich hoffe, du zeigst heute, wie es läuft. Los geht's! So, warm gemacht bist du, das heißt, wir können zur ersten Challenge kommen. Du siehst schon im Tor die Ziele unten und oben. Oben zählt ein Punkt, unten zwei Punkte. Los geht's! Okay, schnick, schnuck, schnuck, wer anfängt. Los geht's! Schnick, schnack, schnuck! Schnick, schnuck, schnuck! Schnick, schnuck, schnuck! Ja! Willst du an? Ja, von du an! Von du an! Okay, erster Schuss. Mal schauen, ich versuch mal direkt oben. Die Richtung stimmt schon mal, aber ein bisschen zu unplatziert. Bist du oben oder unten? Ja, mach ich auch mal oben. Oben. War nicht schlecht, die Richtung stimmt. Von hinten zählt auch? Ja, von hinten zählt nicht. Wäre sonst zu leicht. Okay, ich versuch mal die linke Seite, vielleicht läuft es da besser. Den könnt ihr rausschneiden, der war ja ganz Katastrophe. Vielleicht ist unten leichter. Ja, probier ich auch mal jetzt. Unten? Ja. Alle gucken zu. Ja. Horsten zählt leider auch nicht. Horsten rettet. Horsten rettet, nochmal. Die Kacke, Mann. Der war ganz schlecht. Hier ist auch im Wind, da kannst du gar nicht treffen. Das ist echt unglaublich. Oben wieder. Gibt's doch nicht. Gabe Kamera, Mann, abgeschossen. Immer dasselbe. Gibt's doch nicht. Gabe Kamera, Mann, abgeschossen. Aufpassen. Doch nicht aufpassen. Jetzt Muffin. Langsam muss mal einer rein. Ja. Wieder von hinten, Mann. Läuft unten vielleicht besser. Mal schauen. Ganz knapp. Gibt's doch von der? Er hat sogar geschliffen, Mann. Ja. Latte Pfosten, alles getroffen. Aber nur das nicht. Nur das Ziel nicht. Wahnsinn. Kann nicht sein hier. Sollen wir es so machen? Der Erste, der trifft, oder? Ja. Der Erste, der trifft. Jetzt muss er sitzen. Nein! Das war nicht schlecht. Nein! Das heißt, wenn du ihn jetzt trifft, ich kann nicht mehr nachziehen. Nein. Dann war's das. Soll nicht sein heute. Oh! Jetzt aber. Jetzt ist heiß, du weißt. Ich kann nicht mehr nachziehen. Wer sitzt jetzt? Ah! Windverhältnisse sind schwer heute. Ah! Der ist es. Ja! Jawohl! Stark! Stark! Trotz dem Wind. Das kann man ja schneiden, dass es so aussieht, als wäre es der dritte oder so. Das war das Golden Goal. Nice. So, wir kommen zur Kickbox. Ihr kennt das. Ich würde sagen, wir fangen an. Gerade ist ein bisschen windstiller jetzt. Ja! Sieht gut aus. Kannst du auch, wenn der Ball einmal aufzitippt. Das geht auch. Du brauchst dich direkt rein. Ach! Die sind zu stark. Zu hoch, beide. Der Wind, der treibt ihn noch weiter hier rüber. Ja! Ja, der sieht gut aus. Oh! Dritter Versuch! Dritter Versuch! Ist okay, oder? Stark! Gibt es da eine Rangliste? Im dritten Versuch bist du, würde ich sagen, weit oben dabei. Sehr gut. Das ist schon gut. Nach der Leistung hier musste ich ja irgendwas zeigen. So, das war's von der Challenge. Ich muss sagen, du hast ganz klar gewonnen. Glückwunsch auf jeden Fall. Das Ding ist, es war echt schwer mit dem Wind. Ja, nicht einfach. Hinterher musst du ein Golden Goal herhalten. Aber du hast das Ganze gut gemeistert. Und ja, wir schauen mal in den zweiten Teil. Ich muss jetzt rankommen hier. Ja! Der war knapp. Okay, 2-1. Das war's. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und abonniert die Kickbox auf Instagram. Das war's. Danke, dass du dabei war's. Mach's gut. Ciao!